Liebe Vereine, ich ziehe heute für den 4. Dezember erst mal das Gewinnlos und dann noch mal die vier Vereine, die wir beglücken dürfen. Es geht heute um 300 Euro. So, jetzt ich die vier Vereine. Der erste Verein, der mit 300 Euro bedacht wird, ist der Verschwisterungsverein Schotten. Der zweite Verein ist der Kulturverein Dauernheim. Der dritte Verein für die heutige Ziehung ist der VFR Rudingsheim. Und der vierte Verein für heute ist der Kaninchenzuchtverein Ostheim. Ich wünsche allen Gewinnern alles Gute und frohe Weihnachten.